Bezirkssenatorin Katharina Fegebank hat entschieden, dass der Zirkus Roncalli in diesem Jahr doch auf der Moorweide gastieren darf. Das bestätigte die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke. Zuvor waren Veranstaltungen auf der Moorweide untersagt worden, um den Schutz der Grünfläche zu gewährleisten. Durch Auflagen und Absprachen mit den Veranstaltern könne man den Schutz jedoch sicherstellen, heißt es seitens der Behörde. Wichtig sei dabei, die Nutzung als Erholungs- sowie Veranstaltungsfläche auch in Zukunft gut auszutarieren. Untertitelung des ZDF, 2020